Vorbei ist die Zeit der Plattenbälle und bunten Trikotsätze. 14 Nachwuchsfußballmannschaften haben bei einer Aktion von Torgranate.de je 15 hochwertige Derbystar-Trainingsbälle gewonnen. Den Hauptgewinn loste die Glücksfee den B-Junioren der SG Schlitzerland zu. Sie spielen künftig in einem hochwertigen Torgranate.de-Trikotsatz. Am Donnerstag fand nun auf dem Sportgelände des TSV Lehnerts die Gewinnübergabe statt. Torgranate-Projektleiter Ralf Kraus bedankte sich dabei für die vielen tollen Fotos, die die Nachwuchsmannschaften für das Gewinnspiel eingesandt hatten. Denn um einen Preis abzusahnen, sollten die Teams mit einem Foto deutlich machen, wie dringend sie neue Ausrüstung benötigen. Torgranate-Redakteurin Viktoria Goldbach erklärt die Motivation hinter dem Gewinnspiel. Ja, wir wollten unbedingt was für die Jugend machen, da wir alle selber Fußballer sind und wissen, mit was für Pillen man da teilweise spielen muss. Deswegen etwas für die Jugend sind schließlich auch unsere Talente von morgen und wir hoffen, dass sie mit den Bällen gut trainieren können. Applaus Applaus